Musstest du, dass ich Jackal bin wegen dem Kill oder weil ich in den Vent gehüpft bin zu dir? Erstmal wegen dem Kill und du bist neben mir in den Vent gehüpft. Ah ja, das stimmt. Und dann ist Shawty direkt hinterher. Echt, du warst da auch drin. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Es müssen die Leute in die Vorhersage gehen, ansonsten werden auch wenig Punkte ausgeschüttet. Okay, Kim könnte mich gewitscht haben. Oder gemorft haben. Smash Lunatic Fran... Dalu. Franzi Johnny. Dalu Franzi Johnny hier. Schwarz ist auch hier. Johnny. Dalu. Dalu bar Johnny Franzi. Dalu bar Johnny Franzi. Dalu links raus Franzi Johnny links rechts runter. Dalu links hause. Oh jetzt mit Nummer hier in der Entfernung. sieben ruft und wer war das mit mir in der schleuse unten die du was mit mir drin und dann bist du raus und ich habe johnny gefunden aber da muss auch tot und johnny liegt an der lifeline ich bin ja gerade reingekommen und dann machte du so hallo was habe ich nicht passiert ist während dem morfen oder davor kann ich sofort eine poster geben wahrscheinlich hoffe dass ich damit nicht an erwische aber ich bin ich habe da nur und wir hat jemand jester auf ihn gemacht so fangen seine jester stories immer an was passiert was ich mir denke ist warum zur hölle fängt wlesk seine story an mit hast könnte jetzt also ich will jetzt mal kurz über da du ja das problem ist er hat ja den imposter nicht genannt normalerweise wenn du einen imposter kennst fängst du mal mit dem namen von dem imposter an naja hat einmal jan gesagt oder ich hoffe dass ich damit nicht jan erwische ich weiß nicht was das bedeuten soll aber ich kann versprechen er hätte nicht die skills ihn daraufhin umzubringen wie auch immer das gerade passiert ist lomenti wo warst du denn die runde ich war auf der linken seite ich war kurz in der cam da habe ich gesehen dass lenny temperaturdings stand sonst habe ich irgendwie niemanden gesehen da habe ich bin ich in storage reingegangen am anfang habe ich gemerkt dass ich da keine task habe und gerade war ich halt admin pult und dann war ich lifeline also war es auch mal im lab oder die konnte nein nein ich bin ich wirklich nicht da und ich war sagen ich war da ja du bist in die corn reingegangen das richtig ja okay also für den ersten kill könnte ich ein paar leute rausnehmen franzi war mit mir in also lunatic war mit mir in spaceman die könnte ich rausnehmen für den ersten kill aber keine ahnung ob die jetzt schon gekillt hat an lifeline dann ist das denn passiert haben wir infos darüber wenn john gestorben ist nicht so richtig er da du ja dann aber aber auch warte mal kim ist die con reingelaufen hat kim kann halt gewendet sein ne kim kann halt gewendet sein soll ich gucke jetzt erst mal nach wo da liegt ich glaube moment ist die killerin simon und lunatic ich glaube moment ist killerin kommen wenn sich jetzt bin sehe ich jetzt franzi tot franzi war mit die war doch hier oben wurde gegessen von tim kim ist hier oben mit ich habe lunatic von dies mit kim richtung elektrik gerannt wo bist du hin mit ihr ich bin rechts in lab also ich habe eine tasse da bin doch ich noch fertig machen muss von der ersten runde welche tag das mit dem aufhöhlen ging es doch ach so ich weiß nicht ob wir das machen ob mit dem ich habe mich nur gewundert weil du ja erste runde schon mit mir da warst warum du noch mal reingehst aber das ergibt natürlich sinn wenn wir die task haben auch gar leppe herr kim noch nicht gesehen das ist richtig ich glaube auch gerade über die leiche rüber gerannt deswegen ich habe so ein bisschen die mähes doch töten wollte bevor ich reporten konnte nicht ich habe eigentlich ja eigentlich habe ich eigentlich hatte ich report aber du warst halt eine sekunde schneller ich kam aus lifelines habe gesehen dass jemand todes und mir dann gedacht dass auf der linken seite da immer was ist deswegen bin ich dann dahin habe dann gesucht ja ich glaube moment ja dalukat gekillt by the way warum ja weil ich mir sehr sicher bin dass sie oben einmal in die korn gecheckt hat in der ersten runde also ich war nicht in die korn also vor der folge ich war kein einziges mal auf der rechten seite diese runde ja seit diese runde gestartet hat war ich noch kein einziges mal sind in der ich bin mir nicht hundertprozentig sicher aber ich glaube du warst das könnte aber auch nicht hätte doch irgendwer sehen müssen vor allem wie hätte ich dann das selbstbewusstsein nehmen ich bleibe ich bleibe ja dabei also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher aber ich bin dann die info haben sollen ja also es kann sein aber es muss nicht so sein ich wollte nur was mich wundert ist dass wir nicht in der ersten runde gegessen werden konnte ja mich auch weil entweder war er dann sowas wie sheriff hat dalu gekillt und hat irgendwie noch keine ahnung im poster nebenbei gesehen oder so und der konnte ihn deswegen gästen ist das gewendet oder so ja aber lässt gewendet in der ersten runde ja aber im post haben noch eine größere vision range ach ich weiß warum ja ich ach ich weiß ja weil lässt sehr wahrscheinlich im vent saß dann gesehen hat wie lomente da gekillt ist und nach hoch in lap gewendet das könnte gut sein ja doch das macht jetzt sinn aber auflomente aber es gibt noch mal ich habe nicht auflomente gewottet es gibt es gibt auch ich vertraue terse blind ich vertraute ich jetzt also kann auch sein da ich voll rein internet aber der war bestimmt der war bestimmt hier oben im vent so sieht wie da oben der kill fällt springt rein also lässt jetzt da lomente killt springt rein wendet hoch in ins lab will in die kon rein ja deshalb habe ich ja sie da dort gesehen ich bin mir recht sicher sie dort gesehen zu haben wenn ich rein intel kann immer mal wieder sein aber die story macht in meinen augen eigentlich am meisten sinn so bad ist unten in auto bad war es nicht auf gar keinen fall kimm es und kimm wir checken einmal hier ob die leichen liegen ja kimm war es auch nicht außer in weapons liegt eine leiche ja kimm und bart safe für den kill ja es muss also die schlinge zieht sich zu hallo hallo guten tag ja hallo 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 crewmates und hallo lumenti ich glaube lumenti ist killerin es tut mir voll leid es tut mir voll leid wo warst du denn diese runde du warst gerade an vitals ich war vorhin nie rechts nicht einmal im gesamten game warst du nicht einmal lab das habe ich mir gemerkt von vorhin ja die runde davor deswegen war ich gerade im lab und habe meinen krempel erledigt dann bin ich runtergegangen in admin da habe ich dann bad getroffen da habe ich dann admin info geguckt da waren ein arsch voll leute in specimen drin niemand war die eine person war glaube ich links dann bin ich hochgegangen shorty war tot dann habe ich geguckt da war noch ein punkt in lab dann kamen halt diese tausend leute aus specimen raus da bin ich in specimen reingegangen um zu gucken ob sie da irgendwo liegt im gang ja sie liegt rechts oben im lab ich war mit bad links in auto der ward auf jeden fall nicht kim kam da auch hin die ward auch nicht ja bleiben halte moros lumenti lenny jan ich habe mit euch auch gerade als das licht ausging in office drin ich habe aber tim jan und lenny alle drei aus lab rauslaufen sehen ja aus und ich war auch dicht bei ich glaube tim horus eben als das licht aus dieser gute nacht schlack wo der war denn der letzte von euch da bin ich müsste passiert sein als wir drei bei als wir drei bei specimen drin waren da haben wir ja der letzte von euch der reinkam wo reinkam im moros ja ich hatte ich das hast du ja rumgechillt denn ja genau und du kamst von oben sind nein ich kann von unten links ich kann von einem jemand von euch von oben also jan jan und ich kam beide von oben da war aber noch keine leiche da ich glaube auch dass die leiche gefallen ist als tim horus von bei uns war bestätigt das nicht hinterherste call von letzter runde nee es ist noch nicht hundertprozentig safe franzi weil es könnten immer noch jan und tim sein kann ich nur sagen die erste runde weil ich die ganze zeit gerade eben in der zeit in specimen waren aber ich weiß ja nicht wann der kill gefallen ist aber die erste pusht so hat seit der ersten runde auf mich wo ich links war deswegen glaube ich es muss einfach erste sein aber wenn hat falsch ist tut mir das so leid lobe ist jetzt halt scheiße wenn es ein falscher ist es ja auch erste aber ja was wir ab 7 nicht aber wenn hat falsch ist das echt peinlich kann natürlich auch sein hat einfach die imposter damit drauf gewartet haben ne komo moin scheiße ah scheiße tim horus von oben nein ja so wie zu meiner lover theorie ja scheiße ich habe ein bisschen angst hat gloomy falsch war ne grüße ins totenreich loomy ja deswegen pass auf deswegen habe ich auch in der letzten runde gesagt ich glaube dass es jan und lenny sein können sorry dass ich tim da deinen namen mal kurz erwähnt habe weil die beiden kamen ja von oben die hätten beide oben den kill machen können ja und es hat sich halt eher so angehört als würde der eine den anderen covern ja ja wir waren beide da aber da war noch nichts und wir würden sagen jetzt wollten bad das kann doch trotzdem stimmen da kann doch trotzdem einem post dabei sein ja wenn du es ist das meine ich ja das meine ich dachte ich dachte dass franzi unschuldig ist deswegen habe ich franzi nicht gewartet ich dachte dass es jan oder lenny ist davon haben wir jetzt einen post heraus das heißt wir haben noch einen es ist aber auf jeden fall tim also nur mal so nebenbei ist auf jeden fall tim ja an der stelle zu 100 prozent wie kommst du darauf weil tim grad aus der welle kommt und auf kems die leiche liegt nur so nebenbei aber bad wen würdest du jetzt worten ich habe meine letzte task gemacht das ist immer oder warum nicht also einfach kim war in der ersten runde auch im lab da wo der kill gefallen ist auf daloo card okay du sagst also gerade eben war ich in camps ich habe nicht bei camps bei dem live finding und habe danach auch gesucht ich möchte also ich war die ganzen runden so super unbeteiligt weil ich nie da war wo irgendwas war also ich war auch bei dem kill gerade eben nicht wo irgendwie alle hingerannt sind da war ich in camps also ich habe ich gesehen aber ansonsten nichts aber ich möchte nur kurz einwerfen dass terste gerade irgendwie den gefühlt fünfzigsten ich werde da auch mal sagen ja super super sass auf terste also wir müssen uns noch ein badworten tim okay also ich wollte kim ist für mich immer noch da aber ich finde kims punkt finde ich richtig gut weil du ständig leichen report ist und auf leute schießt das ist auch richtig und weil du selbst sass bist meinst du sagst du bist jackal tim nein also tim ist zu einer doch ist ja dann haben wir sie dann jetzt jetzt bin ich überrascht ja problem zwei optionen kim bist du evil guesser oder bist du camouflage gar nichts von beidem ich habe auch momenti war killer gott sei dank ich habe da noch abgekirrt aber ich war nie in dieser damm du gesagt hast aber ich war da momenti ja du warst da deswegen habe ich dich gekillt aber ich war nie in der schleuse aber ich war in der schleuse und bin da wieder rausgerannt und als ich draußen warst du mich gekillt ja ja aber wie kam denn terste darauf dass ich in der schleuse war weil er mich da wahrscheinlich zuletzt gesehen hat also ich habe jemanden vor die schleuse rennen sehen ja kurz nachdem dalo gestorben ist weil ich war ja sehr ne ich sehe ja wenn die leute sterben also es war legit halt nicht ich wie ich wie 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 wie